Meine Damen und Herren, ich befinde mich beim Brahms Museum in Hamburg. Das ist kein Zufall, weil wir dieses Jahr den 190. Geburtstag von Johannes Brahms feiern. Johannes Brahms, Hamburger Komponist. Dieser Komponist ist aber für das fünfte Chopin Festival wichtig und seine Musik wird als Leitmotiv bei allen Konzerten des Festivals sehr präsent sein. Es erwarten Sie im Rahmen des Chopin Festivals Konzerte im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, im Rittelmeiersaal und das Abschlusskonzert in der Elphi Harmonie, wo ich das Brahms Klavier Quintett mit Elphi Quartet spielen werde. Herzliche Einladung zum 5. Chopin Festival ab 5. bis 11. Oktober.